Ich dachte echt, der würde abschneiden, dachte Kacke. Na ja, sieht mal. Vorsicht, das Flammenwerfen. Oh ja. Da ist eine Schrotflutte irgendwo. Ich dachte, der Boss hat da eigentlich nicht irgendwas. Da ist noch einer. Zwei sogar. Oh, hier ist eine Kiste bei. Mit lilaner aber nur. Aber weißt du, ach hier ist auch noch eine Kiste. Jetzt kriege ich lauter Kisten oder was? Na gucke, ich sag doch jetzt, jetzt los. Jetzt mal ein bisschen serious hier. Das sind drei Kisten. Drei lila Kisten hintereinander. Erst gar keine und jetzt drei. Na gut. Wenn sie jetzt noch grün werden, bin ich zufrieden. Ich hab den Tag eben in der Gruppe, der hatte so unfassbar viel Glück. Wir haben, ich glaube zwei Stunden sind wir zusammen rum hier handelt. Zu dritt. Und in der Zeit habe ich fünf grüne Kisten gesammelt. Und der ganze Spiel zählt. Boah. Ne, der hat nicht stehen im Wald. Das Auge hatte doch neulich auch so viel Glück, wo ich aufgenommen hatte da. Ja, der ist sowieso. Das ist bei dem kein Glück, das ist normal. Der kriegt ja lauter grüne Scheiße. Auch nicht nur Kisten, sondern... Das ist mir jetzt gerade vor mir an den Eckrand. Ja. Gut, dann. Ein Stück nach vorne bin ich. Gut, das seh ich nämlich durchs Zielfernrohr nicht, wer das ist. Gut, beinahe irgendwie. Ich hab hier fast zu Leuten geschossen. Hallo, da wird da so'n scheiß Geschützturm aufgestellt. Da. Du, 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 du. Da ist doch keine Kiste. Wo bist du denn schon wieder? Ja, schon weiter. Ah! Ja, ich seh dich schon. Ich musste da erstmal eins sammeln. Wenn schon mal was droppt, muss ich's auch mitnehmen. Ha! Eiuchhihihi. Pfff! Hallo, hat der den hin geportet? fahr ich grad an zu schießen, da steht er auf einmal woanders auuuu das ist noch irgendwo ein Sniper mal wieder 67 ich mach's hier eh'n Level Up nach dem Andern die jetzt wieder sterbe schon, ja die jetzt wieder sterbe schon, ja oh, ne Kiste ey, der Rucksack voll mit Kisten gleich wieder du 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 Aw jah wie lang oh ich hoffe die wechselcidos, rotz, dass du das du dev nation gegen andres tag eintauschen kannst Jetzt will er keins mehr. Nee. Erst will er es als haben und jetzt will er keins mehr. Ja, ist halt... Geh ne Ahnung, jetzt wirst du so hier noch ein Heist. Ich weiß ja auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, fang das mal an zu craften. Mal sehen, ob überhaupt was rauskriegt ist. Ich hab ja nur noch Division Tech. Das andere ist ja schon vercrafted. Achso. Ja, dann musst du halt das andere mal farmen gehen, ne? Ja, ja. Mach ich doch gerade. Ja, ja. Wieso steht hier dein Ding im Scheiß? Was, ein Isaac-Auftrag? Au! Au! Was hat mich denn jetzt umgebracht? Schon wieder Tor. Ich weiß nicht, was erschießt mich denn hier als? Bestimmt, der Typ hat dich kaputt geschlagen. Ja, aber... Was hat mich denn eben erschossen? Ich stand hinter dir. Oh, komm. Nee, du kriegst so irgendwelche grünen Scheiße beim Bross. Sehr scheiße. Du drückst ja mal auf den Punkt. Jo. Noch eine Kist hier. Immer noch eine Kiste. Ist da. Hier ist sogar ein Mod drin. Oh, guck mal. Zappelt der mit seinen Beinen auch noch bei dir? Ich bin gerade woanders. Ich bin bei der Kiste. Ne, der hier. Nö, bei mir zappelt er gar nichts. Ich sehe da nicht mehr irgendwas. Bei mir hat er gerade. Du hast das Lecks gehabt. Okay. Wir müssen übrigens bergen. Mein Tafel ist voll. Ja, komm mal mal. Ja, lauter Kisten. Ich würde das bescheuern, dass sie nicht stacken. Ja. Aber dafür kannst du ja jetzt hier in der Safe Zone äh... Naja. Schon selbst selbst erstern. Das ist doch schon mal ein großes Entgegenkommen. Mh... Aber die Kisten müssten noch stacken. Das wäre echt cool. Somit ist die gleichfarbigen. Bringen wir den Tafel. Uah! Ich gehe wieder runter. Ja, ich gehe wieder runter. Ich will aber noch der Vision Tech gucken. Ich glaube, ich lasse das jetzt alle liegen. Wir sind hier sogar da. Hahaha. Ich will das jetzt sterben. Ja, ich will das jetzt in den Kisten jetzt von jedem Goldenen in den Tech bekommen. Das wäre cool. Ja, genau. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ah! Ich hätte nur schreien hören. Hahaha. Wir sind nicht Kerle! Soja! Weiter auf dich! Ladungsabholung läuft! Was? Brauchst du Munition? Oder? 600 Schuss, äh... Und zu Dich gesagt, hier schon mal Munition und ich pass hier auf. Brauchst du keine? Nö, ich brauch jetzt keine Munition. Nö, ich auch nicht so unbedingt. Das reicht doch ein bisschen. Ob er ein Schildtyp hat? Wo soll er denn hin? 30 Sekunden bis zum Abschluss der Erdholung! Du, 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 du... Aber die...irgendwie sind da dauernd Routes unterwegs. 15 Sekunden! Ja, solange die da hinten sind, wo ich mich bin. Wir können weiter! Ja! Ja, brennt mir das Bild voll. Seh ich wieder alles. Das würde auch reichen, weißt du, wenn das mal klein unten rechts in der Ecke angezeigt wird. Au, jetzt brennt mir der Arsch! Ich bin out. Oh, ne, doch nicht gerade. Ach, gratsch. Nero, würde mich hochheilen. Jetzt hab ich nicht mal Heilung abgekriegt, warum weiß ich nicht. Ich bin dreimal da durchgelaufen, es ist nichts passiert. Ah, wo ist er? Ja. Gleich kommt er. Ah, ja. Noch einer? Jo. Nein, klar! Nein, klar! Ja! 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 Ich brauche noch eine Kiste. Wieso kriege ich eigentlich nur lilanne? Ah, jetzt kriege ich mal eine gelbe, jetzt hab ich genug gemeckert. Ah, ok. Du musst nur genug meckern, dann geht's irgendwann. Mi, mi, mi! Alarm, eintreffende Nachschublieferungen entdeckt. Hast du... Machst schlüsste Strichliste, was sie trinken darf. Naja, gibt's jetzt nur noch rationiertes Essen. Echt? Nein. Ich hab mich nur gewundert. Achso. Was machst du denn da eigentlich? Äh, ich warte auf den Nachschub. Och ne, scheiße, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab mich nur mal solidarisch daneben gekniet. Guck dir den hier, schnappen wir uns doch. Okay, wenn du das sagst. Na klar. Machst du mir auch noch eine fertig, Schatz? Das ist aber dann deine zweite. Das geht ja gar nicht. Was kannst du nicht? Weil du noch in deinem inneren Konflikt bist. Weil der Schließmuskel erschlafft. Hoch, von hinten. Nein! Oh, ihr addet. Nein! Ich will nicht adden, von allen Seiten. Kein Problem, ich spreche klar. Naja. Keine Munition mehr, äh. Was? Hab ich gar nicht drauf geachtet jetzt mehr. Es ist hier gerade allerdings nicht so günstig. Scheiße, da sind die Spieler. Ja. Hauptsache, wir schießen den Boss noch an. Hast du denn den Jacks schon angeschossen? Ja, ich versuch' grad die Kiste zu holen. Jawoll, noch nicht richtig. Ja, ein Störmer-Rucksack war drin. Das war gut gemacht. Ja, dann gehen wir jetzt, äh... Den Boss wollen wir nicht, oder was? Achso, den Boss? Ja, doch. Guck mal, die sind so ja... Was sind die sogar? Loot gegangen. Warum? Weil ich die Kiste geholt hab. Ja, aber ja, ich hab jetzt noch mehr Loot. Zap. Wie, Zap. Was, was für Loot? Achso. Na, von... Oh, da hinten ist gleich noch ein Kiste. Da kommen wir noch mal am Boss schnell anschließen. Ja, ich hab eh keine Munition mehr. Aber... Ja, einfach mitloven, die machen schon den Rest. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich seh dich nämlich nicht mehr. Ach, andere Seite. Ach, da bist du lang. Okay, ich komm schon. Aufruf, weiter. Das hab ich hier noch ein bisschen Munition eingesammelt. Äh, Bau. Was soll da? Hat er sich verschluckt, oder? Äh, nee, Baukart. Ich hab versucht, mich zu konzentrieren. Ich lass das sein beim Konzentrieren. Kann ich nicht quatschen, das ist voll dumm. Nee, der hat irgendwas gesagt, der andere. Achso. Ich hab mal... Nachgelegene Nachschublieferung wird gerade eingenommen. Nicht verstanden. Achso, du willst die andere holen, da. Genau. Und ja. Danach muss man auf jeden Fall Munition holen. Ja, mach mal. Dann geh ich da eine Schnabobs hin. Und mal Pippi. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Also weißen Flammenwerferbein, dicker, glaub ich, oder sowas. Ja. Ja. Na komm doch her, du Lümmel. Die ist ein Player, drei Stück. Das ist kein Problem. Nee, ich sag nur. Wir holen uns noch mindestens den Boss, wo wir schon die Kiste nicht kriegen. Wir hätten uns locker umlegen können, jetzt da drin, von hinten. Ich weiß nicht, ob die alle zusammengehören. Wahrscheinlich. Denk ich auch. Nur einen Schuss auf den Boss sitzen. Hast du noch einen Scan? Nee. Dass er nicht mehr drin war. Ich hab überhaupt keinen Scan drin. Ich hab Stungranate drin. Was ist denn der Boss? Ich seh' gar nicht. Ich grad auch nicht. Der D-Gestrand. Ich seh' keinen Boss. Ach, da. Da ist er. Saatsch und Kisch. Links. Jetzt hab ich draufgeschossen. Ah. Sehst du? Oh, ich werd mal hoch. Fängst du, laden? Fängst du, laden? Ich hab auch wieder einen ausgehoben. Aufhören, aufhören, Liga, aufhören, aufhören. Ja, dass sie sich die Kistolen holen. Oh, ja. Update. Naher gelegene Nachschublieferung wird eingenommen. Die verbleibenden Nachschublieferungen sind nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Nachschublieferung der Nähe von anderen... Eingenommen. Du, das ist ein Kerl. Du, du. Das sind Franzosen, glaub ich. Alle Nachschublieferungen wurden eingenommen. Oh, das ist ein Trikul, da. Tumor, wir hießen zu, als wären wir die Gönner und hätten denen das geschenkt. Hey, ich hab den einen wieder aufgestellt. Und du den anderen. Ich wurde aufgestellt. Ach, du wurdest aufgestellt. Na gut, dafür hab ich ihn dann wieder aufgestellt, den anderen. Also, das war Team, wurde er gekommen. Ja. Das ist besser jetzt ja raus. Wir treten eines kontaminierten Gebiets. Ja, schön. Muss ja auch mal ein nettes Spieler geben. Ja. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ich bin ja nicht nur arschlich. Immer nach au rerun. Aber nach wie Tome wird08. Ach, du wurdest. Ja.